von 20 die restlichen zwei gerichter bestimmte unten 2 wunderbar sehr schön hätte ich das auch die grüfte auch noch gleich wenn ich schon da bin da muss ich einmal gucken weil ich hab da ein Shell dabei und die sammle ich ja da bin ich ein leidenschaftlicher Shell sammle oh bisschen zu fern wieder ein Kronenmöppchen was denn dabei gehabt schon wieder so ein Menkarton Langstab kann ich doch gar nicht trauen hätte ich aber gern sowas wär jetzt genau das was ich gern hätt was? hast du dich grad resetet? du Hund du kennst das nicht? hm ja 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 uuuuuh da ist der Umgang Zeit wirds Zeit wirds Zauberstäbchen oder eine Axt ich nehm glaube aber trotzdem mal die Axt war die Zauberstäbchen da bekomme ich jetzt noch eine bessere ob ich jetzt endlich mal wieder ruf bekommen wieder nicht so gar nicht da ist ein ruf hat er ausgereicht der ruf oder 25.000 also gott hat ausgereicht schön dann können wir das jetzt einmal endlich machen was hast du jetzt wieder für quest so ruf equip ein bisserl er gold habe immer gut nur meinem hauptcharakter wenn er rest habe ich wieder selber ausgeballert so den heben wir auf den sich gleich anziehen ein zepter dann immer mal den hier dann nehmen wir das schwert oder ja immer schwert es wird man einfach am besten dann nehme man halt stärken immer jetzt einfach mal ich nehme jetzt einfach mal es mit wie das zusammenpasst sehen wir dann schon also gehe ich jetzt naja doch den habe ich mitgenommen und den kann ich aber auch nehmen wir sind da was stärke geschickt glück stimmreif fällig verwirrt gut bekomme ich jetzt nicht nur ein hütchen nein weil er stumme ringe ringe ist schon mal sehr gut ein besseres sauberstab ein schwert das jetzt ja okay passt dann ein stimmreif ach so den sehe ich jetzt nicht weil wir haben ja die sonne brennen auf dann handschuh dings und dings und vor allem ein umhang den zimmer aber auf jeden fall naja der ist jetzt noch nicht wirklich absteigen schön ist was anders aber das ja egal so schweren herzens du bist tschüss und hat jetzt die ganzen stats verhaut und wenn dann ist aber ist glück passt geschick ja das ist jetzt nicht so der hit gut auch gut geschickt naja ok dann einmal zum zum anderen portal zurück aufsatteln so und das hat doch jetzt eine blockade 30 sekunden lang ist es im untergehen die bauer akkord naja das mal der mann gucken wie man das machen das ist also bei mir ist es nur noch hell einfach nur hell ganz ganz schlimm so herrkos mag ich bin hier um sie zu richten oder von ihnen gerichtet zu werden auch immer ist da hinten drücke ich den für tasten vielleicht falsche tasten gedrückt so wie gehen wir jetzt am besten vor mehr eröffnen doch mal einfach mit der messer wir für klar auch der ist ja billig schauen wir dass man noch mal ein leben zurückkriegen na gut das war jetzt natürlich nicht schwer der war da haben wir schwerer oder naja den hätte ich wahrscheinlich vorhin danach schon mal machen können das wäre auch kein problem gewesen lässt du mich nur ruhe aber egal wir haben es gemacht und das die hauptsache das ist die hauptsache wir machten wir jetzt eigentlich mittlerweile sechs stück weil ich habe nämlich entdeckt da kann man ja das kann man ja noch mal erweitern noch mal zusätzliche anwendung das heißt sechs sieben acht neun mal macht er das solo das ist ja dann schon nicht schlecht ich glaube das muss ich mir da also da muss ich irgendwie so das was das tanzen die klinge und oben die klinge das muss ich auch irgendwie machen weil auf die will ich ja natürlich hin da haben sie das kann ich alles nicht tragen gut dass ich es gemacht habe also abschließend drohe der sekunden die mir jetzt garantiert nix gibt ja ich bin viel zu gut ausgerüstet für meine equip stand für meinen level also was heißt so gut gut genug so dann hierhin und jetzt auf zu dem schiff dahin auch zum ändern das machen wir noch und dann höre ich wieder auf das reicht dann ja jetzt ernsthaft da mit leuten auch noch kämpfen das bin ich jetzt eigentlich für du denkst du stufe des schutzes 2 na ja gut ich glaube das geht ja mittlerweile automatisch das war der bonusschaden bekommst du nicht bin jetzt stufe 15 gewonnen dafür nicht den bekommen haben glaube ich ich weiß es nicht also rein da mit ne menge kommt die name ja das wird irgendwas kopf was hast du kommt na wochen rock beim schicken sehr relativ sachen die und dann denke ich und glaubt so und dann stimmt nicht ganz enttäuscht acht da kann man sich von allen heilen lassen wir mal ja gut wenn man das jetzt gegen zur gruppe kämpft dann kann man das ja eigentlich relativ häufig einsetzen sich da einfach hoch heilen na gut was ist das rebelle plan annehmen habe ich jetzt das schlüssel den habe ich schon ok hallo du gib mir noch einen ring ja du darfst dich selber retten du bist ja schon alles befreit kann jetzt wohl nicht das problem sein da raus zu marschieren oder hab ich doch auch schon gemacht jetzt hier mit ja gut hält mich jetzt gewundert und dann ab zurück vorbei an leichen bergen rebellischen adepten hätte ich halt auch nicht mit mir anlegen dürfen ja ich kann musik singen und so und musik singen wieder singen das ist total gefährlich gegen mich wenn du mich jetzt verlangsamst drehe ich am rad so gut dann noch einmal zu abgeben und das war's jetzt kinder eine schneelandschaft da draußen aus dem fenster geschaut schlimm ganz schlimm so abschließend stiefel wo die zieht gleich an stiefel so ok bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss